Ob Inflation, Zinsen oder die sehr volatilen Märkte, alles das, was Anlegern Kopfschmerzen bereitet aktuell, das wollen wir heute mal kurz beiseite schieben und uns konkret auf drei Aktien fokussieren. Drei Aktien wollen wir uns genauer anschauen. Dazu haben wir uns eingeladen Fastbreak-Chefredakteur und Schadtechnikexperte Stefan Klotter. Hallo Stefan. Hallo Julian, herzlich willkommen liebe Zuschauer. Stefan, wer deinen Börsendienst Fastbreak abonniert hat, der hat es gestern schon geahnt beim Chemie- und Pharmakonzern Merck. Da läuft es aktuell nicht ganz so rund. Das Unternehmen hat heute Morgen seine Zahlen vorgelegt. Wir haben die Anleger auch erstmal enttäuscht. Du hast ja gestern da auf eine gute Möglichkeit zum Shorten hingewiesen. Das war offensichtlich der richtige Weg, richtig? Ganz genau so ist es. Wir haben ja normalerweise Montagswochenausblick. Da kümmern wir uns mehr um fundamentale makroökonomische Dinge und die großen Indizes. Und wir haben in der Redaktionssitzung ja besprochen, lass uns mal noch auf die Einzelwerte fokussieren. Wir nehmen Donnerstag als Sendertag, Earnings-Seasons. Und ja, ich habe mich auf die Sendung vorbereitet. Und da muss man sagen, tatsächlich mit Merck, Zufallsprodukt. Ein Analyst kann nicht alles covern, aber ich habe die Aktie aufgemacht. Ich habe den Chart gesehen und habe mit Fastbreak dann sofort reagiert und gesagt, da ist eine gute Chance. Und warum? Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und zwar haben wir bei Merck eine wunderbare Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Also Trend-Wende-Formation. Wir kommen von einem aufsteigender Trend. Linke Schulter hier, rechte Schulter ja bei rund 202 Euro. Dann nochmal rechte Schulter, hier Kopf, hier rechte Schulter dann ausgebildet. Etwas höher als die linke Schulter, klassisch. Und dann tankieren wir die sogenannte Nackenlinie an dieser Stelle. Und da waren wir eben gestern angelangt mit Tendenz nach unten. Das war für uns das Zeichen, short einzusteigen. Und man sieht hier, die grüne Kerze sollte eigentlich rot sein. Man sieht, die Nackenlinie wurde nach unten unterschritten. Also Trade beginnt aufzugehen. Auch MACD negativ, beide Trigger-Linie. Und ja, Kursziel für Merck, charttechnisch berechnet. Man nimmt die höchste Stelle an Kopf, sagen wir mal 202 Euro. Man nimmt die Nackenlinie, nehmen wir hier mal 180 Euro. Und dann bildet man die Differenz und verlängert diese nach unten. Und dann kommen wir bei einem Kursziel raus von circa 160 Euro. Das heißt, da ist noch relativ viel Luft. Und da können Anleger auch heute noch einsteigen. Gestern natürlich mit Fastbreak. Die, die da eingestiegen sind, die haben jetzt schon ein paar Prozent gut gemacht. Ja, noch ist es nicht zu spät. Hier für einen Short-Einstieg aufgepasst. Aber wer mitmachen möchte, Merck gibt es nämlich auch aus den USA. Ist auch ein Pharmakonzern. Also da besteht Verwecklungsgefahr. Wir sprechen hier von der deutschen Merck. Nur nochmal als Hinweis. Stefan, das nächste Unternehmen, das wir uns heute vornehmen, das legt heute seine Verzahlen vor. Nämlich der amerikanische Einzelhandelskonzern Costco. Es gilt so ein bisschen als spannender Indikator für die Konsumlaute, der Konsumlaune der Amerikaner im Allgemeinen. Besonders was die Ausgaben bei den Basisgütern wie Lebensmittel angeht, sparen die Amerikaner jetzt vielleicht bei größeren Anschaffungen wie Elektronik. Es wird ein sehr schwaches Quartal erwartet allgemein vom Markt. Wie siehst du das? Ich sage, deshalb haben wir Costco ausgesucht. Du hast es wunderbar beschrieben, hervorragender Frühindikator. Weil die Inflationsdaten, die dann immer wieder angepasst werden, aus dem Warenkorb kommt was raus, wird wieder reingenommen von offizieller, von Behördenseite, den kann man nicht so richtig trauen. Wenn man wirklich wissen will, wie hoch eine Inflation ist und wie viel Geld der Verbraucher noch in der Tasche hat, dann ist so ein Einzelhandelsunternehmen wie Costco ein wunderbarer Indikator. Darum haben wir den ausgesucht. Heute nach Börsenschluss, du hast es gesagt, Quartalszahlen. Das heißt, man kann heute noch traden sehr gut vor den Zahlen. Und ja, schauen wir uns an, wie es bei Costco aussieht. Wir machen auch etwas Techniktraining heute. Das ist jetzt der Chart der letzten sechs Monate. Und wer mich kennt, wer weiß, wie ich arbeite, der weiß, dass der Herr Klotter immer sagt, bitte den Chart zuerst in einer langfristigen Perspektive betrachten, um dann immer näher zu gehen. Warum das so ist? Hier als Beispiel im 6-Monats-Chart, da erkennen Sie vielleicht noch eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation und sehen, dass es abwärts geht. Jetzt gehen wir mal etwas weiter weg. Im Grunde genommen, wir zoomen raus und da sehen wir dann schon, wir haben eine Abwärtstrendlinie schon seit geraumer Zeit. Seit April 2022 geht es entsprechend abwärts. Und wir haben hier eine Unterstützung bei 451 US-Dollar. Und was hat es mit dieser Aufwärtstrendlinie zu tun? Da müssen wir dann tatsächlich den 5-Jahres-Chart nehmen. Und da sehen wir, langfristig sind wir primär bei Costco immer noch in einem Aufwärtstrend. Aber Punkt 1, symmetrisches Dreieck. Punkt 2, fallendes Dreieck. Jetzt gehen wir wieder auf die Einjahresperspektive. Fallendes Dreieck heißt, tiefere Hochs, die auf eine Unterstützung prallen, immer wieder nach oben abprallen, aber immer tiefer und tiefer gehen. Unterstützung hier sind die 451 Dollar. Sehr schön auch wieder zu sehen in der großen Zeitschiene. Und das ist fallendes Dreieck. In dem Fall Trend bestätigen. Dieser Abwärtstrend wird bestätigt. Ausbruch nach unten in der Regel im letzten Drittel, beziehungsweise im dritten Viertel. Also auch da sind wir bereits. Von daher sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt diese Unterstützung testen. Damit auch aus dem langfristigen Aufwärtstrend fallen. Das ist auch sehr wichtig. Und wenn wir die Unterstützung bei 451 reißen, nach unten, dann haben wir den nächsten Short-Einstieg. Okay, also hier gilt es auch erstmal aufzupassen. Da bahnt sich also auch eventuell ein Short-Einstieg an bei Costco. Dann haben wir noch einen Wert auf der Liste und das ist die Lufthansa, die gute alte Lufthansa. Bei der lief es in letzter Zeit, in den letzten Monaten richtig gut. 65 Prozent ging es hoch. In den letzten sechs Monaten, da stimmt die Richtung, könnte man sagen. Oder brechen jetzt eventuell wieder schwierigere Zeiten an und es kommt die Zeit für eine Korrektur. Was sagt der Chart bei der Lufthansa-Stelle? Lufthansa machen wir jetzt das umgekehrte Beispiel. Wir sind bei Costco von der 6-Monats-Schiene gegangen und haben rausgesoomen. Bei Lufthansa machen wir es so, wie es sich gehört. Wir zoomen jetzt mal rein. Und wir starten die Lufthansa mit einem Mega-Chart, beginnend 1988. Diesen Chart nehme ich übrigens immer gerne als Beispiel für den Buy-and-Hold-Anleger, die es ja immer noch gibt, die sagen, naja, ich steige ein, einmal und dann halte ich meine Aktie für 30 Jahre und wenn ich dann in Rente gehe, dann verkaufe ich sie. Und zwar nicht vorher. Beispiel Lufthansa, wenn man 1993 eingestiegen ist bei der Marke von 5,44 Euro, dann stellt man fest, ein Buy-and-Hold-Anleger, der dann 30 Jahre gewartet hat, also 23,22,23, der ist exakt wieder bei diesen 5,44 Euro angelangt, sprich er hat null Rendite. Also so gefährlich kann auch Buy-and-Hold sein, weil in der Zwischenzeit hätte es immer hier und hier und hier oder hier Möglichkeiten gegeben, Gewinne zu realisieren. Das sage ich ja immer, bitte realisieren Sie auch Ihre Gewinne und wenn Ihnen so eine Aktie wirklich gut gefällt, realisieren Sie den Gewinn und steigen Sie dann unten wieder ein, realisieren Sie den Gewinn, steigen Sie unten wieder ein. Reines Buy-and-Hold auf diese lange Sicht, Sie sehen, was es bei Lufthansa gebracht hat. So, kommen wir zum Aktuellen. Wir gehen wieder näher ran und wir sehen, 5-Jahres-Betrachtung jetzt, Widerstandszone, 9,92 Euro, da macht der Wert seit einer gewissen Zeit rum und hat diesen Widerstand noch nicht nach oben durchbrochen. Typisches Beispiel auch hier von Wechsel von Widerstand und Unterstützung, was hier Unterstützung war, wird jetzt zum Widerstand. Auch ein sehr wichtiges charttechnisches Prinzip. Noch mal näher ran, ein Jahres-Chart hat also tatsächlich seit Januar, arbeiten wir uns an diesem Widerstand bei 9,52 Euro ab. Und darum ganz klar, der muss erst überwunden werden. Also jetzt noch keinen Einstieg zu favorisieren, sondern wirklich warten, bis dieser Widerstand nach oben durchbrochen wird. Dann kann man sagen, geht es weiter. Gut möglich allerdings, dass dieser Widerstand jetzt erstmal noch zu schwer wird und wir dann einen Move nach unten sehen werden. Also bitte abwarten. Erstmal abwarten bei der Lufthansa. Ja, vielleicht zur Ehrenrettung der Buy-and-Hold. Dein Beispiel mit der Buy-and-Hold-Philosophie. Wir haben ja sicher auch unter den Zuschauern viele Buy-and-Hold-Investoren. Immerhin hätte man ja in den letzten 30 Jahren auch ohne Kursgewinne immerhin die Dividenden mitgenommen von der Lufthansa, die es ja regelmäßig gab. Die Dividenden hätte man mitgenommen, die hätte die Inflation aufgefressen. So einfach ist das, wenn Sie eine Dividende mitnehmen von 3% und Sie haben eine Inflation, die wesentlich höher ist, dann frisst Ihnen die Inflation die Dividenden auf. Also gegen Gewinnmitnahmen hat noch nie was gesprochen. So ist es. Also 65% in den letzten sechs Monaten bei der Lufthansa, wer im richtigen Moment eingestiegen ist, für den ist das jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt für eine Gewinnmitnahme. Für alle anderen erstmal abwarten, sagt Stefan Klotter. Ja Stefan, jetzt haben wir uns drei Aktien aus drei ganz unterschiedlichen Branchen angesehen. Wir sehen, es ist jede Menge Bewegung drin, einige spannende Chartsignale. Wir sind gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Erstmal vielen Dank für deine Einschätzung bis hierhin. Danke Julian, danke liebe Zuschauer. Vielen Dank.